hallo meine lieben freunde der volksmusik und der rhythmischen sportgymnastik herzlich willkommen zu einer weiteren folge der beliebten serie let's play mafia 3 das neue spiel das neue rausgekommen ist vor naja ist jetzt glaube ich schon eine woche oder ja ich musste zwischenzeitlich leider was heißt leider also kam von von lara croft hoch speicherte hat der gespeichert speicherte alle fünf minuten irgendwie automatisch oder so glaube ich kann das sein ich habe ich habe leider quasi in anführungszeichen leider mafia 3 jetzt mal kurz unterbrechen müssen weil von von tomb raider lara croft kam vorgestern vor vorgestern was neues raus nämlich das kam überhaupt erst mal jetzt auf auf der playstation raus und und da im zuge dessen kam aber auch noch was neu ist auch für pc und xbox und so weiter raus nämlich das kopf anwiesen also ihr kopf meiner also ihr haus und das habe ich jetzt schnell also sei schnell das habe ich gespielt ganz einmal anschauen ist echt toll das musste ich jetzt ich bin ja kopf lara lara fan heißt ja auch lara web tom daher habe da eine eigene homepage ist klar lara web über die gute lara und habe da jetzt dieses zusätzliche zusätzlichen teile noch gemacht per video so und jetzt machen wir mit unserem guten heinz rüdiger weiter hier der heinz rüdiger clay steht darauf us army clay heißt der clay da hat er noch ein schickes abzeichen toten schlange und totenkopf oder was weiß ich soll das die kugelsichere weste sein wahrscheinlich oder wie keine ahnung gut also ich bin hier noch mal in meine abgebrannte bude gewatschelt und habe meine doll aus im safe deponiert und jetzt gehen wir wieder raus aus dem haus und müssen weitermachen und zwar ist schon echt toll gemacht denn worten worten weiter schauen guckst du und ich habe in der zwischenzeit fleißig wie ich bin siehst du hier alle stadtteile noch verwandt also mit abhöranlage sie ist dass das dass das etwas grünlichere oder hellere also das habe ich jetzt alles verwandt und das ja auch noch siehst du das kommt mit ab abhörzonen sind es ist es sind abhörzonen und dann sieht man nämlich alles was da drin und das habe ich auch alles geholt nämlich hier die die das ist die abschlussliste die fünf verbündeten sammlung sie ist die playboy sammlung habe ich jetzt sagt weil dann sieht man auch sämtliche sammelobjekte die habe ich jetzt alle geholt playboy sammlung aber acht prozent dann hier diese bilder sammlung haben wir 12 prozent dann schallplatten habe ich schon 13 prozent von dem habe ich noch gar nix da war aber auch nix hier in dem ab propaganda habe ich schon 25 prozent und hot rod das schauen wir uns jetzt mal schnell an das ist schick das ist so ein auto heft ja toll das ist anscheinend ich weiß nicht das ist anscheinend tatsächlich ein echtes altes heft das ist früher mal für 50 cent juni 68 schau her in schweden hat es 3,95 kronen gekostet schau her UK 4.3 3,3 das hat es anscheinend tatsächlich echt gegeben das haben die abgescannt hier oder wie wahnsinn schau her da kann man das echt lesen hier die alte zeitschrift hier über autos wahnsinn ich bin leider immer noch erkältet wahnsinn schau dir das an man kann es auch vergrößern schau her kannst echt lesen hier unglaublich vw powered machine appears to be the forerunner of things to come in the buggy class schau her das kannst lesen mit vw motor na gut dann kann es ja nix gutes sein hatten die damals schon den abgas skandal müssen wir wieder zurückblättern das war es jetzt oder diese das ist doch toll waren sind wo gut die anderen sachen zeige ich da jetzt nicht gut ja meine fresse gut und wir müssen was müssen wir denn auftrag anzeigen wir sind immer noch der weg allen fleisches immer noch zu gange und müssen vier finger charlie's herrien geschäft schaden wer den schaden hat braucht für den sport nicht zu sorgen oder so heißt es doch so schön in delray hollow der weg allen fleisches und zwar ist es hier wort scheinlich oder ziel auswählen ja wollen wir konfrontiere vier finger charlie kinkade gut aha na gut da laut latschen wir zum bus hin weil ich da schneller bin als im auto ist sowieso nicht das ist ein käfer das war kein käfer da vorne hat es fast ausgesehen wie ein käfer hoppla kann man jetzt einfach so hingehen ist gleich immer gleich da bis ich da im auto vorkommt schicke autos schade das auto die glaube ich sind alle echt also also die gab es tatsächlich sind noch nachgebildet von echten autos oder ist so schön gemacht das spiel da bellt ein hundi das schaut doch fast aus naja fast wie ein käfer so naja und vorne ja gut bis mit bisschen phantasie sollte mich da einfach rüber kommen kenne ich nix komme ich wieder nicht raus da werde ich doch raus kommen da komme ich doch raus jetzt oder da bis zu fuß echt schneller ist scheiß auto da fahrrad ich möchte ein fahrrad hier haben ich fahre ich habe ein auto aber ich fahre immer mit dem fahrrad das ist viel viel schöner komme ich da jetzt rüber auch das ist da drin ja kann ich da nicht vor hinten rein also oder so hoch sehe ich auf der karte alle alle bösen kommt da komme ich rüber oder feindliche zunge also wachbrusten 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 sage ich schon wie die pecs habe ich genügend habe ich den komm her einer ist keiner einer ist weg das sind viele wachbrusten muss ich dir jetzt da drin sind zwei zielpersonen muss ich von vorn scharf schützen muss ich von vorn rein oder schub kann ja kennst du die folge von von till death glaube ich heißt aber wo die eine wo die frau sagt das heißt nicht schubkarre sondern schiebkarre gut du musst die auch noch du bist noch hier das ist einer von uns an die von anderen das und heilen und ich bin schon wieder kaputt ne habe ich jetzt irgendwie wieder einen Fehler gemacht Verstärkung, ach du Scheiße oh ne Verstärkung oh ne jetzt muss ich mal wieder meine Waffeln nehmen oh komm oh 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 komm jetzt bin ich schon wieder ach scheiße ich habe die Fahrt ach geh das sind 10.000 ach du scheiße wo muss ich denn jetzt wieder anfangen oh komm es ging aber scheiße ich habe die 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 andere Waffe nehmen das ging jetzt aber schnell jetzt muss ich wieder ganz so vorne anfangen ah du hast 48 wo denn ich habe ja alles im safe ihr Idioten wo bin ich denn jetzt da ah komm kann ich da nicht mit dem Auto rein fahren und alle umfahren oder so irgendwie irgendwie habe ich da was falsch wo muss ich denn hin da sag mal hm ne huch da drin jetzt muss ich mal die andere Waffe nehmen jetzt muss ich mal die andere Waffe nehmen was war denn das ach da äh jetzt aber komm äh wo geht es denn da rein kommt da rein davon ist auch nein muss ich erst die umhauen n um da ist die schickste her was sie für einen schicken rockern da ist noch einer der ist so drin das habe ich gehört gut hier schlechte jetzt aber jetzt haben wir sich das spiel mix und eine jetzt sauer und da sind zwei drin 2 auf einmal kommt der ich gebe die suche nicht auf jetzt kommen alle beide jetzt haben wir es aber schon besser ein bisschen da drinnen jetzt oder oder wie warte warte jetzt haben wir den um ich habe schon wieder die falsche waffe ich habe kein medipack mehr medizin truck 1 nur noch da drin müssen oder startet neu aber ich habe keine gespeichert waffen schock ja toll aber das ist wieder nutzen wir nix irgendwie da hinten ist noch einer die nahe zu hinten um so hatte die nahe von hinten um anschleichen jetzt haben wir doch schon ein paar weniger tschuldige wenn ich jetzt ein bisschen weniger rede auch jetzt sind aber schon nicht dass da einer verstärkt hoch da steht einer oder sie uns wieder hoch und hinten anschleichen da sind drei sorte aber den und dann sind es nur noch zwei oder und dann kommen jetzt kann ich dich endlich verdreht oh ne oh ne wird das sehr gut ist Ich bin in der Verstärkung. Ach komm, wo sind denn die? Oh nee, ich muss heilen. Heile, heile, Segen. Oh nee. Jetzt kommt noch einer. Komm, heil dich, Junge. Oh nee. Wo ist denn der? Jetzt komm. Wo sind denn die? Hm, den werde ich doch jetzt schaffen. Wo ist denn der? Ah. Die werde ich doch jetzt schaffen. Komm. Wo sind denn die Zieltrecks? Zielpersonen? Okay. Ah, komm. Ah komm, die werde ich doch jetzt noch schaffen. Schaffen. Oh. Und now? Was muss ich denn da? Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ah, an. Jetzt warte, was heißt denn anwerben? Ist das besser? Anwerben. Den werbe ich an, oder? Dann hilft er mir, oder? Arbeite für mich. Und lebst vielleicht lange genug, um deine Kinder groß zu ziehen. Das ist doch bestimmt besser, oder? Was immer ihr wollt. Das ist gut, Charlie. Dann hält der zu mir, oder? Dann habe ich den Verbündeten, oder? Herr Winkl. Oh. Die Spiele makes me ready. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Was soll auch kommen? Kaffeepause. Was soll ich denn? Moment, Entschuldigung. So, ich bin da erkältet, leider. Mario, ha, 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 na. Geschäftszuweis. Oh, Gott. Was muss ich jetzt dem zuweisen, oder? Ich kenne mich mit dem Schienenwirt aus. Büchsenmacher Präzision. Hä? Gefallen. Die Kosten für deinen nächsten Anruf bei Kassanders Verbündeten werden übernommen. Das ist toll. Büchsenmacher Präzision. Was muss ich denn da machen? Erklären wir das schnell. Kassandra zuweisen, oder? Ist das gut, oder? Aktuelles Einkommen 30. Einkommensplus plus 30. Achso, wenn ich das Grüne mache, wenn ich das... Ach, kurze Kaffeepause. Moment, wenn mir das Spiel mal einer erklären würde, wäre ich schon froh. Also echt wahr. Wirklich. Moment. Da würde ich vor Freude im Fünfeck springen, aber hallo. Ich kenne das nix. Kaffeepause. Also wenn ich A drücke, das Grüne, Kassandra zuweisen, dann passiert alles, was für Grün ist. Nämlich gefallen ist Grün und Büchsenmacher Präzision. Die Joe Baptiste überarbeitet die Zielverrichtung deiner Waffen, sodass sich deine Präzision verbessert. Na, das ist doch schick. Einkommensplus 30. Na, das ist doch alles schick. Na, da machen wir das auch. Bang. And now. What happens now? Huch. Schick deine Jungs zur First Baptist Church. Wir haben uns die Redneck Wichser vorgenommen. First Baptist Church. Schick sofort ein paar Männer rüber. Oh. Bitteschön. Gern geschehen. Na, hallo. Oh. Jetzt ist es weg. Oh, schweichert. Das haben wir doch gut hingekriegt im Zeitraum. Oh, das ist die Joe Baptiste Church. Na, hallo. Jetzt kommt... Oh, schau her. Die haben wir alle das gleiche Auto. Schick. Schick. Boah. Oh. 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 Donovan. John. Hm, hm. Das ist doch nicht drunter gewesen. Sie wissen, dass Sie durch Ihr Erscheinen vor diesem Komitee auf Ihre verfassungsmäßigen Rechte hinsichtlich Rechtsberatung und Selbstbeschuldigung verzichten. Sicher. Und Sie bestätigen weiterhin, dass Sie mit Ihrem Erscheinen vor diesem Komitee damit einverstanden sind, dass absolut alle Informationen bezüglich der Ereignisse in Newburgh im Sommer und Herbst 1968 öffentlich werden. Sonst würde ich hier nicht sitzen. Mhm. Sie waren Agent bei der Central Intelligence Agency. Von 1953 bis 69 ist das korrekt? Das ist richtig. Wann kamen Sie nach Vietnam? Das war im August 61. Bitte erzählen Sie vor diesem Ausschuss, was Sie damals alles so getrieben haben in Vietnam. Oh, nee. Also zuerst war ich ein paar Monate in Saigon. Danach versetzte man mich auf eine Basis der Special Activities Division in Laos. Wir bewaffneten und trainierten die Hemong und ließen sie dann auf die NVA los. Die hat Waffen über den Ho Chi Minh Pfad geschmuggelt. Und Sie arbeiteten mit Lincoln Clay an dem, was später das Phoenix-Programm hieß. Das bin ich, oder? Lincoln leitete etwa ein Jahr eine eigene Aufklärungseinheit. Wir haben in Vietnam feindliche Stellungen aufgespürt und den Gegner entweder ausgeschaltet oder gefangen genommen und verhört. Oh, nee. Wenn ich daran zurückdenke. Oh mein Gott. Sie ahnen ja nicht, was wir mit den Wichsern alles angestellt haben. Speihart. Oh, toll. Ich darf auch nicht drunter quatschen, sonst beschwert sich jemand. Ah, Heroin-Geschäft gesichert. Mensch, das geht immer so schnell, die Anzeigen. Erledige Ritchie. Du, 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 ich kann nicht Francais. Erledige Ritchie. Bleiben wir mal bei Ritchie. Rede mit Cassandra. Bix, 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 Bix machen, Prinz. Also ist das wahrscheinlich besser. Schau her, jetzt sind das alles meine Freunde. Ist wahrscheinlich, oh, gleich mal Medizin nehmen. Ist wahrscheinlich besser, wenn ich Verbündete habe, oder? Was sagst du? Aha, aha, oder? Dann helfen die mir irgendwie vielleicht, oder? Wahnsinn, Telefon, da haben wir schon. Boah. Boah, es speichert, jetzt speichert es dauernd. Jetzt, wo ich es nicht brauche, ist das jetzt eine bessere Waffe? Schauen wir mal. Oh, nee, da habe ich weniger. Nee, dann nehmen wir die wieder. Warum ist die rot? Weil ich nichts mehr habe. Warum ist denn das denn rot? Jetzt, äh, stecken wir das mal weg. Wegstecken. Wegstecken wir. Warte. 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 Äh, das sind jetzt meine Kollegen, oder wie? Oh, nee. Wahnsinn. Aua. Toll. And now? What happens now? Also, ja, jetzt muss ich... Boah, schau her. Das ist jetzt hier... Die verkaufen Bockpulver. Auf ein Stück. Oder? Gut, und jetzt müssen wir... Ah, das sind jetzt meine Kollegen, schau her. Und jetzt muss ich... Da steht schon ein Auto startbereit, aber ich muss... Wo muss ich denn hin? Gut, schauen wir mal auf meine Karte. Boah. Waffenschrank. Äh, 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 ähm... Was ist denn in dem Drecks Waffenschrank noch alles drin? Wer? Weste, habe ich doch schon, oder? Schauen wir noch mal. Jetzt nehme ich gerade mal zum Spaß noch so eine Weste. Vielleicht sieht der, kann der zwei Westen auf einmal nehmen. Weste. Schusssicher Weste halten. Na toll. Wie sehe ich denn das? Das ist seine Jacke, oder? Ja, ne. Boah, da steht ein ganzer Motor. Schau her. Der ist doch riesig. Der passt doch nie da in das Auto rein. Huch. Habe ich da was genommen? Munition, oder wie? Ja, ne. Äh, das... Der Motor passt doch nie in das Auto rein. Komm, erklären wir das mal. Der ist doch viel zu hoch. Schau dir das an. Der steht da voll drüber. Jetzt wenn ich mich drücke, schau her. Da müssen die da... In der Mutter habe ich noch ein Stück oben rausschneiden. Gut. Soviel zu dem Spiel. Na schau, wie der schick glänzt. Der ist hochglanz poliert. Kann ich jetzt nicht den Mutter noch einbauen? Oder so? Schau her. Boah, schicker Mutter. Boah. Gut, Freunde. Jetzt schauen wir auf meine Karte, was ich machen muss. Boah, 10.000 Autos. 330 Meter. Na, das schaffe ich. Äh, aha. Rede mit Rede. Na, das kann doch nicht so schwer sein. Siehste? Und ich habe hier schon alles geholt. Also, jetzt werden wir nur noch die Geschäfte ange... Da waren vorher noch lauter grüne Punkte. Zum Beispiel so Sicherungen finden für die Abhördingler. Und das blaue, so Sammelobjekte, das habe ich offline schon alles gemacht jetzt. Damit ich dich nicht langweilen brauche hier. Und der Rest, das sind alles so Geschäfte, die man nur ausrauben kann oder so. Okay, jetzt müssen wir da hin. Watscheln. Rede mit Kassandra. Oh. Das ist aktiviert, oder? Dann gehen wir jetzt da hin. Weil, bis ich da im Auto hinverkomme. Sonst haben wir da nichts mehr, gell? Kann man da nichts mehr abgreifen. Das ist jetzt mein Geschäft. Verdienst 33.000. Boah. Schau her. Das ist auch... Gehört auch mir, oder? Gehört das nachgucken. Da, schau her. Ich muss die ganze Stadt jetzt unterwandern, oder wie? Äh... Was gehen wir da hin? Hm, hm. Gehen wir einfach... Gehen wir einfach da hin, oder? Friedhof ist da nix drin. Ist da nix drin, irgendwie? Nee. Oder? Gibt da böse? Kann man da nix irgendwie looten? Nee. Boah. Schau her. Hinthof. Wahnsinn. Na gut. Gehen wir mal. Gehen wir mal da hin. Voll auf die Straße. Ich bin eben erst heimgekommen. Ich nehm mich gerade wieder ein. Ich komm mich wieder kreieren. Ich schau zu Fuß, bist doch da schneller. Boah, das ist auch eine Flotte hier. Schau mal. Holla. Kann man da nicht rein? Ist da was drin? Ein Auto. Nee. Ist da was nix drin? Nee. Na gut. Wenn das Fallout 4 wäre, da hätte ich schon 10.000 Sachen bis hierher schon wieder mitnehmen können. Gut, jetzt gehen wir da hinten. Das kann ja nicht so schwer sein. Boah, das ist auch ein schickes Auto hier. Oh, da können wir klauen. Kann man da nix machen? Huch, da ist dunkel. Oh. Oh, schau her. Das ist ein Pfandleihhaus oder Pornshop. Das ist ein Pfandleih. Boah, schau her. Was war? Ist die alles hauen? Boah. Kommt da nix? Hey, tolle sich komplett. Gut. Ah, da. Aber das ist Clown. Nee, dann hauen die mich alle. Jetzt gehen wir da rein. Oh, hoppla. Wo geht's denn? Wo geht's denn da rein? Ein Gang? Da geht's rein, oder? Komm. Das sind jetzt keine Büsen, oder? Nee, die mit Kassandra. Ist die jetzt woanders, oder ist das... Huch, oh nee. Hilfe. Und, oh, oh, die wetzt das Messer. Oh nee. Oh, oh, jetzt wird's brutal. Die haut dem jetzt eine rein, da. Oh nee, oh nee. Oh. Oh Gott. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Der Ernst. Oh, 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 oh. Oh, muss ich gleich abschalten, wie sie erwartet. Ich bin nur die Flasche, wo ich war spazieren und sie, sie hat nicht geschnappt. Das ist alles. Du gehörst, die Mafia. Nein, ja, ich meine, scheiße. Ich hab's nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Hm, Kon, Kon. Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist du, Sad? Er, er ist in dem verlassenen Vergnügungspark westlich von hier. Barron Saturdays, was zur Hölle will er da? Naja, das ist, das ist nur, weil ihr so'n Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei ihm? Scheiße, ich weiß nicht. Alle nehme ich an. Gib mir das Messer. Geh, schau' doch. Nein, bitte, nein. Ich hab doch nichts gehört. Oh nee. Bitte, ich flehe euch an, meine arme Mama. Komm, muss ich gleich abbrechen, weil sonst ist das nicht mehr jugendfrei hier. Oh, nee. Oh. Aha. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Toll, die Grafik ist toll, gell? Kann man gar nicht sagen. Boah. Richie. Du hast den Heroinhandel und die Prostitution übernommen und damit Richie Duzet, aha, so speecht man das auch, und die Dixi-Mafia aus ihrem Loch gelockt, auweia. So muss ich den, oh nee, erledigen. So kommst du an Marcano ran, enttane und übernimm seine illegalen Geschäfte, dann stell dich seinen Lieutenants und Kapos. Wow, soll ich mir das jetzt mehr, oh nee, muss ich mir jetzt alles merken, du weh. Nachdem du ihm all seine Geschäfte genommen hast, kannst du dich um Marcano selbst kümmern. Jetzt geh und, äh, jetzt geh, mein Sohn. Geh hin in Frieden und erledige Richie Duzet, Komma, und schnapp dir das, hohohoho. Das machen wir doch. Boah, sprich dein Gebet. Hola. Neuer, auf, sprich, da ist das jetzt ja. Sprich dein Gebet, ne, hallo. Das klingt aber schick. Hilfe, was muss ich denn machen? Ach du Scheiße. Aha. Muss ich da hin? Hoch. Sonst haben wir ja nix mehr, gell? Äh, wie heißt es jetzt, sprich, sprich dein Gebet, ne, das müssen wir jetzt gar auf, warte. Warte, acht, äh, Entschuldigung, kurze Pause, Moment, das müssen wir schnell aufschreiben, mit anderer Farbe, warte. Ihr habt extra jede Menge Füller mit verschiedenen Farben, ich bin Füller-Fan. Äh, das war jetzt der Weg an Fleisch ist Ende und sprich dein Gebet, warte, Nummer acht, Folge acht. Folge acht, sprich dein Gebet. Boah, das hört sich ja schon mal schick an, sprich dein Gebet. Oh, sprich dein Gebet. Äh, gut, dann. Richie und die anderen Dixi-Ärsche, hoch, hoch, haben sich an dem verlassenen Rummelplatz verschanzt. Ach du Scheiße. Oh, nee. Äh, muss ich jetzt noch mal zu der Tante hin, oder so? Ne. Äh. Boah, kann ich jetzt nix mehr irgendwie, oder so? Ne. Äh, na gut, Freunde, dann müssen wir das wohl oder übel, hat der ein grünes Nummernschild gehabt? Gut, muss man das wohl oder übel machen, ohne zu lachen. Äh, da geh ich jetzt vor und rechts. Gehe zu. Ja, steht da da, Gehe. Haha, was war denn das? Ein Gartenschlauch. Ne, das ist ein Ding. Äh, ne. Boah, der ist auch cool hier. Gehe ich noch eins vor. Brücke einfällt vor. Gehe nicht über los. Ziehe nicht 4000 Euro ein. Wie geht's? Boah, schau her, das ist schon schick gemacht hier, die, die, das Wetter. Ah, Kickback verfügbar. Oh, nee. Soll ich das zuerst holen? Ne, das brauchen wir nicht holen, oder? Kickback verfügbar. Boah, da haben die Geld kassiert. Na, das können wir mal da lassen, oder? Oder ist das dann wieder weg? Oh, nee. Also ist schon schick gemacht, das Spiel. Schau her. Ganz toll, so grafikmäßig. Oh, oh. Schau her. Schön. Schön gemacht. Ja, man muss sich doch für 49,99, da muss man sich schon immer auch alles anschauen, damit sich das lohnt, oder? Was sagst du? Äh, rot, ich geh, ja, ich geh bei rot drüber. Schau her, ganz schick gemacht, so die, die, äh, Beleuchtung, das Wetter, Weather, war da, tagesnacht, links da, boah, schau her, schick, 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 boah, tolles Spiel, oh, schau her, oh, nee, schön, schau, schau wie schön, toll, also, schick. Achtung, bonjour, bonjour, das heißt, ein paar Schuhe, bonjour, gell, oder? Oh, da ist gesperrt, schau her, also ganz toll gemacht, schau her, so grafik, grafikmäßig, boah, grafikmäßig. Wahnsinn, wie lang spiele ich denn schon, eine halbe Stunde erst, oder wie, kann das sein? Warte, ach, tut, ja. Oh, oh, was ist denn, oh, nee, schau her, was ist denn das schickes? Ach, das ist die, der Achterbahn, hoch, Achterbahn, schau her, boah, Underwater, ah, das ist der, das ist der Vergnügungspark, da muss ich jetzt rein, ich komme in da rein, das ist alles unter Wasser, äh, äh, hoch, das ist tatsächlich im Sumpf hier, oh, nee, Gut, da müssen wir irgendwie, ne, boah, schau her, oh, ist das schick, schau her, ach, so, nee, das ist nur, Wahnsinn, hoffentlich speichert's jetzt, muss ich noch, oh, oh, baron saturdays fun park family food, fun da drin, oh, 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 die haben da schon, oh, nee, die haben da schon einen richtigen, eine Festung draus gemacht, schau her mit, ach so, wegen Hochwasser, ach so, dachte wegen schießen, komm ich da jetzt, ne, drüber, komm, boah, ist das schick, schau, die Grafik, oh, toll, gut, komm ich, wie komm ich denn da rein, oh, komm, da komm ich gar nicht da rein, ist da, ne, das ist da vorne nicht, ne, wahnsinnsspiel, boah, schau her, tolle Grafik, also, muss man schon mal so im Raum stehen lassen, komm ich da rein, toll, und ne, ich muss da rein, komm, muss ich die erledigen, jetzt wieder oder wie oder was, eher oder wie oder es eigentlich dicke und jetzt geht's mir mouth rein, ne żoß ich sowas dazu, da hinten auch jetzt kommen 10 nix mehr M Б zwar schicke grafik aber ich sehe nichts mehr witzig boah schau her, oh ist das schick schau her screenshot wo ist einer? oh scheiße, oh ne jetzt habe ich Käse hoffentlich ist mein video jetzt noch, doch läuft noch oder? f12 ist, ah scheiße ich habe wieder, hoffentlich, da wollte ich einen screenshot machen, f12, ah ne, hoffentlich ist das video jetzt kaputt ne, läuft aber noch, oder? gut äh, ich muss da rein hoppla da ist überall zu, ich komme gerade rein ach komm scheiße, komm wieder rein das ist, Mann oh ne ich komme noch gar nicht, und jetzt ist dunkel, äh, speichert komm noch gar nicht, kann ich da nicht drüber blättern blättern, ne, ach komm, ich sehe nichts mehr äh, da ist überall zu kann doch gar nichts, ähm, sein ich sehe nichts das kann ich da nicht rein kriechen, warte ne, ach komm, wie komme ich denn da rein ich will nicht mehr jetzt kann ich da rumlatschen springen tauchen klettern klettern komm, ich komme nicht mal rein hier ich weiß mich gleich ein krokodil in den ich komme noch nicht rein da ist irgendwas, jetzt warte, da ist, aber da kommt, da, kann ich nicht über den baum klettern komm komm das da ne ich komme noch nicht rein komm, ich muss da rein ach, geh ach, geh ach, geh okay jetzt kann ich da drei Jahre rumlatschen und dann schießen die mich ab, das weiß ich wenn ich drin bin, dann darf ich wieder von vorne oh, ich dachte schon, das sind Infos da ist ein Eingang, oder? oh ne gut, jetzt wissen wir, wo der Eingang ist das ist der Eingang, oder? oh ne Kaffeepause, Moment aha, gut, müssen wir uns mal merken ah, da ist der Drecksein Eingang ich höre schon was, oh ne oh oh aha, da ist der Eingang, oh ne Kaffeepause das heißt, es gehe zu, muss ich da bloß hingehen oder nicht richtig da gehe 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 scheiße jetzt oh oh and now what happens now oh ne ice cream boah boah wahnsinn boah da wird es jetzt aber wohl mal irgendwo reingehen hier, oder? hallo hallo ich will das kommen, bitte oh ne kann doch nicht sein das ist alles zu? ne wie soll ich denn ach komm, ich will ein anderes Spiel wie soll denn da rein kommen? ach komm, erklären wir das jetzt mal ich will gleich nicht mehr da muss ach kack komm jetzt sag jetzt nicht, dass ich da den ganzen da geht es jedenfalls schon mal nicht rein ach, bitte ich sehe nichts mehr ja, tut mir jetzt leid, aber auch kommt mit sich gar nichts mehr ja, wirklich hat der keine das kann ja nicht sein das kann ja nicht sein na gut, bitte ich sehe nichts ich komm da nicht mal ach komm da ist ja ach komm da ist ja da ist ja da ist ja da aber jetzt, oder? komm, sonst werde ich ausfallend jetzt bin ich wieder am Anfang, oder wie? ach komm das kann mir doch jetzt keiner erklären jetzt bin ich wieder da ach komm, da ist irgendwas da bin ich aber auch falsch, oder? ich will nicht mehr jetzt bin ich gleich wieder am Anfang, oder? da hat sache ich muss quasi da irgendwie rein, oder so das kommt das kann nicht das kann ich jetzt kann doch nicht sein da ist wieder eine Treppe jetzt warte ich sehe nichts, Freunde ich sehe nichts, Freunde da ist übernimmt Mauer na, jetzt aber, oder? ach, da war ich schon nee ach, nee ich sehe nichts mehr ja, tut mir leid ich muss jetzt gleich aufhören, weil da komm ich nicht rein und ich sehe nichts komm ach komm da, ach nee, ich muss jetzt warte ach nee ach nee ach nee ach nee ach nee ja, tut mir jetzt echt traurig, aber ich sehe nicht, wieso warten bis Tag ist, weil ich sehe nichts ich sehe nichts ich bin aber da ach 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 ja, speicher jetzt mal, Junge ach huch was ist denn das da hinten ein Schatten ach nee ich habe ein mieses Gefühl dabei, Mann Richie muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen Wahnsinn er hat auch keine andere Wahl sonst sind wir alle gefickt das so genau wollte ich es gar nicht wissen sicher, Mann sicher komm schon machen wir besser weiter, bevor Bobby wieder rumbrüllt alles klar pass auf deinen Arsch öff da unten äh komm B ist ausschalten normal, oder? äh gut genau genau äh äh gut genau und ich die nehmen, ob du mehr, Power, 10, 13 äh 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 und das Ding nur ne ne äh äh ach komm oh oh manitou model boah ah nee das ist aber da habe ich weniger Munition ach du scheiß ah oh finde bitch äh oh nee das ist ja hier das reinste kiesespiel zweite da steht einer man kann nicht so viele neger provozieren ohne dass sie stinkig werden auf der suche nach jeder der ist jetzt auf der suche der search me die genau hier schneiden aha äh äh wahnsinn finde richi na das kann doch nicht so schwer sein au au da hinten sind alle ah nee mensch da sind viele komm da müsst lauter pfeifen können komm her ach komm ach komm ach komm da sind so viele ach da ist urmela ach komm ach komm ach komm muss ich die jetzt alle abschießen ach komm jetzt geh ich da hin ach komm jetzt muss ich die jetzt alle abschießen hier locken oder einzeln wohl gemerkt auch zwei ungelockt ja komm her ach du scheiße komm jetzt hab ich die weg komm oh ich hab die ach oh nee du böser du ah da ist geld kohle kohle oh oh cool oh oh nee oh ich geh in deck auf sag sie oh jetzt kommen alle oh nee ich hab keine kugeln mehr komm die ja komm her nachladen da ist nur noch einer komm komm da ist nur noch einer komm den krieg doch noch weg oder kommt komm scheiße ist sie noch einer oh nee jetzt kommen alle ach komm oh mein oh oh 30 und ob kommt ich habe nichts mehr kommen das kann nicht sein und entschuldige wenn ich jetzt mal weniger sorg kommt jetzt habe ich nur noch ein glaube ich oder wir haben doch noch wegkriegen und ist der ist unfassbar ich habe eine kugelsichere weste verdammte scheiße haben wir doch alle oder halte ich komme junge mensch das spiel macht nix kann ich jetzt nicht muss irgendeine waffe brauche ich noch hier jetzt muss ich erst die munition einsammeln in sorte sind da noch welche ich muss die anderen noch lieben oder und jetzt gespeichert hoffentlich irgendwann und ich muss schnell doch nutzen was das zeug hält jetzt haben wir wieder munition gut jetzt müssen wir es ist spannend kaffeepause das müssen wir jetzt noch zu ende spielen oder jungs und mädels erwarte kaffeepause und wie sehr toll crazy gator see you later alligator gut entschuldige aber ich bin jetzt froh dass ich das mal habe hier so jetzt haben wir alles oder mann jetzt müssen wir da hin da sind noch 50 finde wird auch nie ist da nicht noch irgend menschen es ist so dunkel hier da war nix mehr oder borscher her schick gemacht sind sie den ritschen ritschen der ist da drin achte scheiße was ist das was ist denn das mit flaschen was ist denn da jetzt besser 7 21 wie wenn man das wüsste ziehen soll ach komm ich brauche die andere waffe ist das bumper was ist bumper gedrückt halten die bumper gedrückt halten jetzt kommt so das müssen wir dahin auch du scheiße weicher ja ja ersparen die kommt ich krieg ein oder sind auch noch zwei drin krieg ein organismus wo ist der idiot ach das sind viele die hau ich zu zweit kommen die zweite hier doch die ganze auf einmal das sind viele jetzt muss ich mich dadurch kämpfen ja ach du scheiße ach komm du scheiße ach du scheiße jetzt komm komm her hoch sieht der mich da nicht oder andere komm her hier einer komm her das spiel da sind viele ich mich da weiter da hinten den müssen wir noch der kommt das müssen wir den noch wenn man den jetzt noch weg gegen die anderen drei können wir vielleicht abknollen oder insgesamt medipex habe ich auch noch drei kommen wir kommen wir kommen wir kommen wir kommen wir die das ist blöd irgendwie mit dem w hoch der ist da drin doch scheiße au au da muss ich darum wo sind die da kann ich da pfeifen nee nee das ist kaffeepause mensch das müssen wir jetzt noch hinkriegen ja hoffentlich kriegt es hin komm her die hocken au da ist ein sturmgewehr komm her und einer bitte nur genau so haben wir das gern komm 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 wir die pack nehmen bin tot nee ach kack in die hose ach der arsch ach komm jetzt will ich nicht mehr zwar ich schon so schön weit sie trecks ding ich habe aus medipack gedrückt und den kümmern jetzt habe ich den ganzen trick kommen ja ja ich baller die jetzt dann alle weg auf einmal die letzten drei baller ich weg dann habe ich keine lust mehr das ist die schießen wir einmal da bin ich gleich tot na so haben wir das gern kommt mir ja guck guck wir finden dich schwanzlutscher darauf kannst du geflüchtet habe ich brauche komponierer wünscht nicht so dauern gut was habe ich da verstanden fritteusen taucher ich kenne das raum taucher gut jetzt müssen wir es wenigstens augen mir schläft schon der rechte arm ein fritteusen taucher auch nicht verstanden komm her gedrückt halten jetzt kommt der nächste jetzt kommt der von da jetzt müssen wir die die da ist halt noch komponierer ich bin es nicht schießen da sind immer noch die musik zweckballern leckt mich doch an ach ich habe die falsche waffe auch noch da werde ich jetzt wieder scheitern kommen einer bitte nur genau die anderen bitte nicht da kommt vorhin wieder jetzt aber kommt kommen wir zu hinten jetzt werde ich es doch schaffen verdammt jetzt aber kommt wo ist jetzt der drecks schüttchen und hüttchen jetzt wissen dass wir irgendwo steckst und zeigte da machen wir es kurz versprochen sieht nach ob er immer noch ein knochen schüttler ist jetzt kommen wir alle zwei da hinten sind zwei da sind noch mehr das sind noch 10.000 jetzt bin ich gleich wieder tot ach komm ach komm ach komm ach geh kack in die hose nachladen ach komm ach komm ach das ist vielleicht wies nachladen ja komm laut nach pause ich will nicht mehr ich will nicht mehr wo ist denn der idiot ach dollar da jetzt kommt einer jetzt kommt da einer wo ich kannstos gleich nicht mehr dollar ach komm da kommt 10.000 ich bin verletzt zuletzt in der ritchie kommen und da kommt den hau ich jetzt um und fertig oder das gibt es doch mit den hau ich jetzt in diesen da rennt der immer weg ja auch kommen auch jetzt auch kommen auch jetzt habe ich eine andere waffe ach du scheiße genau den umhauen das spiel makes me ready nachladen scheiße wo ist denn der idiot der rennt immer weg das kann doch jetzt nicht sein der ob da drin nachladen ach komm wie viel muss ich nur um das kann doch nicht sein ach komm jetzt muss ich in die tracks jetzt muss ich drei stunden warten bis er speichert oder weil da gehe ich jetzt nicht rein ach leck mich doch am arm ach komm verfolge ach komm ach komm scheiße muss weg ach komm da guckt einer das kann jetzt aber nicht wahr sein hier da ist einer komm 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 ich sag jetzt nicht dass da 10.000 irgendwie verfolgen ne ich will nicht mehr komm das ist doch zum scheisse schein jetzt habe ich durch das ding durch ich sehe nichts freunde ach bitte ein anderes spiel ich sehe nichts da geht's durch oder ne bitte ein anderes spiel auch kack in die hose ich will nicht mehr ich will nicht mehr ich will nicht mehr ich habe keine scheiße das ist ein kackspiel da kommt ne komm her komm her entschuldige komm jetzt aber ich werde den heute noch kriegen ne ich will nicht mehr ich will nicht mehr ich will nicht mehr Ah! Jetzt kommt einer. Ja, Mensch, ich will in ein anderes Spiel, das krieg ich nie hin. Das darf ich wieder ganz nach vorne anfangen. Wenn mich jetzt einer umschießt, dann darf ich ganz nach vorne anfangen. Oh, komm, das, ja, ich kann doch jetzt auch nicht aufhören, weil Hotter nicht gesperrt hat. Oh, komm. Das Spiel ist kacke. Scheiße, das sollte man im Auge behalten. Ah, komm. Ah, komm. Ah. Ah, nee. Da komm, jetzt hab ich bald keine Munition mehr. Das kann doch nicht sein. Ach, kacke, ich mag nicht mehr. Ich hol mal jetzt einen Feed. Na, ich mag gleich nicht mehr. Die schießen alle wie Sau. Ach, komm, da komm ich doch nie durch. Da komm ich doch nie durch. Der ballert wie Sau. Ach, kacke in die Scheiße. So schnell kannst du das Medipack nicht nehmen. Scheiß drauf. Komm, leck mich. Entschuldige. Jetzt darf ich wieder von vorne anfangen. Komm. Mhm. Gut, ich hol mal jetzt einen Cheat, weil das sehe ich gar nicht rein. Jetzt warte. Gut. Äh, warte. Ach so. Wo sind wir denn? Na gut, jetzt müssen wir eine Pause machen. Zwei Meter weiter, oder? Oh, nee. Gut, müssen wir eine Pause machen. Machen wir im nächsten Video weiter. Hier hat er gespeichert, gell. Ich bin tatsächlich fast schon zwei Meter weiter. Komm. Komm. Komm, wenn die die die... Oder kau ich die jetzt noch weg, oder? Komm. Komm, jetzt hau ich die Schnauze voll. Komm. Sind da noch 30? Ach komm. Ach, das sind noch 10.000. Gespeichert hat er. Gut, wir müssen ja aufhören. Äh, gut liebe Freunde. Das ist das Käsespiel namens Mafia L.M.A.A. Das war der liebe Heinz Wüdiger. Und wir sind aber schon fünf Meter weiter. Schau her. Äh, und ich, der liebe Tom, wir verabschieden uns und, und schauen dann im nächsten Video weiter. Okay. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Video. Mann, Mann, Mann. Wir spielen ja auf der Bette.